Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Das ist mit Abstand die peinlichste Erpressung der Welt, Alter Ähm, wollen wir was futtern? Was willst du? Mitch, das ist der Captain Ich würde dir nicht erzählen, dass du richtig viel Kohle verdienst, wenn du eine Waffe und eine Dienstmarke trägst Auch nicht von den bewundernden Blicken, die dir die vielen Senoritas zuwerfen werden Ohne, dass man dich dafür einbuchten könnte, weil du laut Abschnitt 434868C diplomatische Immunität von unserer Regierung genießt Aber was ich dir erzähle, ist, dass ich dir 5000 Dollar die Woche bezahle, wenn du mit mir kommst Was meinst du dazu? Mitch Jeder nimmt sich eine Zu jung, um den Tod zu fürchten Aber alt genug, um in den Rausch des Mordens zu geraten Und was ihr aus dem Rausch des Mordens zu geraten Keine Bank der Vereinigten Staaten könnte so eine Menge an Geld anhäufen, wie du sie hier unten finden kannst. Was bringt für mich raus? Begleite uns auf unserer Reise, um die Antwort auf diese Frage zu finden, Mitch.